hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge gemütliches planet kräften so ab heute werden die folgen wieder kürzer ja das neue jahr das neue jahr es gibt neue projekte die ich gemeinsam mit euch vorhabe und ja wir schauen mal hier wenn ich die frage bekommen hat multiplayer ja nein nein so gleich vorweg wunderbar war gleich ein bisschen rinde mitgenommen ist ja auch was schönes gleich in den kasten rein so dass zu viel reste in den überhangskasten Bäm. So. Haben auch schon schöne Sachen da drinnen, oder? So. Das Methan, glaube ich, können wir schon vorne reinlegen. So. Methan. Ah, nicht alles. Aber fast. So. Methan kommt da zurück. Wir holen uns ein bisschen Wasser. Wir packen das in irgendwelche Kisten. Kästen. Ah, ich freue mich schon, wenn wir die Drohnen haben. Die werden uns viel, viel an Arbeit abnehmen. Zuerst natürlich die Teleporter. Da müssen wir nicht so weit reisen. Das ist ja auch was Feines. So. Wasser. Ah, da geht's schon los. Bäm. So. So. Nein. So. Die kommen da rein. Die kommen da rein. Ja, keine Ahnung. Ich packe das da dazu. So. Und jetzt holen wir gleich nochmal Algen. Vielleicht sollten wir noch mehr Seewassersammler bauen. Ah. Wir müssen noch mit Strom achten dabei dann. Hydration. Ja, ja, ja. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Machen wir. So. Stellen wir uns hier mal. Ja, ja, gut. So. Rein da mal. Gemein haben wir es. Und wir haben es selten. So. Ja, vielleicht doch. Vorerst mal sammeln. Vielleicht sollten wir die gleich umwandeln. Hat man da rein. Ja. So. Da sind keine Bakterien mehr drin. Bakterien. So. Wir haben den. Und wir haben den. So, wir schauen mal. Wegen unserer Handelskapsel. Wann die zurückkommt. Da zahlt es sich fast aus, dass wir uns noch Ressourcen holen. 216 Sekunden. Das zahlt sich tatsächlich aus. Okay. Wir legen die Würmer ab. Äh, die Würmer. Die Bakterien. So. Ja, vielleicht brauchen wir uns wirklich noch mehr davon. So. Auf geht's. Bis die Handelskapsel heute zurückkommt. Schauen wir mal beim Irridium. Ja, und vielleicht stehen wir wirklich noch eine. Oder wir bauen fünf Baumsteuer. Aber wir brauchen, wir brauchen Energie. Wir brauchen mehr Energie. Eieieiei. Naja. So. Ach, schade. Schade aber auch. Das ist doch witzig. So. Dann machen wir den und den und den mit ihm. So, was brauchen wir denn dafür? Drei Alu. Okay. 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 Super. So, dann holen wir uns einmal 3 Alu und dann können wir da Iridiumstäbchen auch jederzeit machen, was ja auch vorteilhaft ist, sehr großer Vorteil. So, Iridium, wobei die könnte man auch nochmal, ein Stäbchen, so, wir brauchen 3 Alu, Silizium, Magnesium, Titan, Alu, Silizium, Magnesium, Titan. So, dann können wir da Stäbchen machen, was wirklich cool ist. Sehr cool. 84 Token, na, schön langsam wird's, schön langsam wird's. So, da haben wir noch ein bisschen Ös-Müllen. Ah, schön. See-Wassersammler, wir schauen nochmal wegen Energie. So beginnen wir, wir brauchen Energie, wir brauchen mehr Wasser, da ist ja noch Platz, da kann man ja noch See-Wassersammler herstellen. Ich frage jetzt immer nur, was kostet das? So, stellen wir mal da her, Scharwefel, packen wir da rein das Iridium, so, Ös-Müllen, okay. Okay, super. So, wie viel Energie haben wir über, Wahnsinn, 20% schon wieder. So, 300, 3 See-Wassersammler, da sind sie. Ja, das geht. Also, 6 Plastik, 9 Plastik, 9 Plastik, Wahnsinn. Okay, 9 Plastik, bam. So, dann brauchen wir, 3 Alu, 3 Magnesium, 3 Bommel. 3 Magnesium, 1, 2, 3, 3 Alu, 1, 2, 3 und 3 Bommel. 1, 2, 3. So, wir essen irgendwas. Am besten eine Böne. So, und trinken mal, danke. So, See-Wassersammler, 1, 2 und 3, super. So, da haben wir mal 3, 6, 9 Wasser. Und da oben, die sind ja eigentlich, ja, die haben halt nicht so eine Kapazität. Aber ich finde die da schön, wenn die da so rumstehen. und rumstehen. So. Ja, dann beim. Sehr cool. So. Vielleicht stellen wir die Handelskapsel doch woanders hin. Naja. Was bringen die Kekse? 9, 7, naja. Noch eine Mitteilung, super. Ja, dann machen wir das. 400, wir könnten schon Kakao und Wäzen. Könnten wir schon. Könnten wir schon. Ja, aber da brauchen wir auch eine Kochstation. Hm. So, schauen wir uns mal die Nachricht an. Nachricht von Nile. Nile. Riley. Mir ist es gelungen, weitere Informationen zu ergattern. Ich habe gelesen, dass man mehr Erfolgschancen hat, wenn man seine Basis in der Höhe baut. Aber ich bin mir im Moment nicht sicher, warum. Wenn man es schafft, den Planeten ausreichend zu erwärmen, sollten einige Höhen zugänglich werden, wenn das Ei schmilzt. Eine letzte Sache noch. Sie können verschlüsselt. Verwende Erzextraktoren in verschiedenen Bereichen, um bestimmte Materialien zu extrahieren. Und Raketen sind wirklich wichtig und helfen, ihre Generation von Anzugurbeln verschlüsselt. Ja, gut, O'Reilly. So, Teleporter. Ja, bei 25. So, Baum sammeln zwei. Das ist gut. Brauchen wir doch welche von diesen Erheizungen. Aber 200. Wir brauchen drei. Wir bauen drei Atommeiler. Nein, wir bauen jetzt zwei. Ein. Ein so im Ding. Oder drei Atommeiler. Drei Atommeiler. So, neun Uranstäbchen. Das können wir dann alles abreißen nachher. Neun Uranstäbchen. Dreimal. Eins, zwei, drei Superbubble. Dreimal Schar Brennstoff. Sehr gut. Dann brauchen wir noch neun Wasser. Eins. Zwei. Drei. Wird doch. Und neun. Yeah. So, können wir genau drei bauen? Yeah. Epiproir. Aber ich glaube, da brauchen wir gar keine Kochstation. Für die Hochwertiger. Da schauen wir gleich. So, wo bauen wir die drei? Ach, die bauen wir gleich da her. So. Einmal. So, zweimal. Und. Dreimal. Super. So. Die DNA-Manipulatoren müssen wir auch noch bauen, damit wir dann die Bäumchen pflanzen können. Ne, drüben. Zuerst drüben. So. Alufüllen wir mal auf. Yeah. Bisschen Kobold. Bisschen. Nein. Silizium. Dann haben wir noch Titan. Und ein Stück Eisen. Danke. Und viel Alu hier. Yeah. Super. Der ist ja voll. So, ich packe das da rein. So. Dann haben wir noch mehr Aubergine. Wahnsinn. Das gibt eigentlich Dünger ohne Ende. Naja, schon mit Ende. Aber es dauert lang. So. Wir essen mal das. Holen noch mal Wasser. Bombsamen. Bombsamen. Ja, wir sollten, wir sollten die machen. So. Also, dann stellen wir jetzt diese DNA-Manipulatoren auf. So, Bakterien sind da einige da. Diese brauchen drei Sprengstoffe. Eins, zwei, drei. Dann brauchen wir drei Plastik. Eins, zwei, drei. Dann brauchen wir drei Super-Zeolit und Osmium. So, eins, zwei, drei. Osmium, eins, zwei, drei. Und Zeolit, eins, zwei, drei. Dann holen wir uns nichts, sondern gehen da auf. Und stellen die da her. So, einer genau in die Mitte. Bam. Dann einer genau daneben. Bam. Und einer genau da daneben. Bam. Was brauchen wir alles für Bombsamen? Irgendwas? Muttergehen. Und Rinde. Okay. Rinde. Rinde. Eins, zwei, drei. Muttergehen. Müssten wir auch mal wieder bauen. Und irgendwas. Irgendwas holen wir uns jetzt. Na, da sind überall die. Machen wir mal die. Können wir die überhaupt schon? Ja. So, so, so. Bam. Moment. Faschung. Yeah. So, so, so. Forschung. Yeah. Und so, so, so. Forschung. Yeah. Sandsturm oder? Ganz fieser Sandsturm. Naja. Naja. So, dann haben wir die Baum-Samen-Produktion angeworfen. Noch gemeiner. Noch viel gemeiner. So, bei Sandsturm ist das okay. Bevor wir da, holen wir noch mehr Algen. Hmm. So. 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 ganz viele algen mal alles reinbringen weil wir müssen bakterien machen vorerst mal so später werden wir dann natürlich mit anderen mitteln arbeiten aber so dann bauen uns heute noch die ersten drei baum sammeln steuer was ich sehr cool finde so rein mit der alge und rein mit der alge so ein letztes mal müssen wir noch sammeln gehen dann haben wir genug alge vorerst dann fehlt wasser bis dahin hoffe ich haben die seewassersammler schon genug wasser gesammelt und vom salz befreit so sehr gut wollen wir uns die restlichen algen da auch noch oder ja ja komm machen wir das dann haben wir alle aufgehoben ist auch gut alle algen sind ja nicht mehr viele so da 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 und alles andere ist geerntet wasser so da schauen wir gleich ein das wasser mal da rein ab in die kiste das licht dazu und rauf zu den dna manipulatoren 92 93 geht gleich 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 so na dann schluck trinken das schadet mal definitiv nicht so sehr ungewöhnlich ich glaube gemeine werden dann nicht mehr viele sammeln die war selten die kann man mitnehmen ja gemeine ja ich will natürlich den kasten füllen einfach weil es gut ist und richtig aber die ungewöhnlichen und die seltenen machen glaube ich mehr sinn perspektivisch so wenn wir zuerst die rauben weg so ganz gemein dann haben wir ein bisschen was ungewöhnliches und da ist was seltenes sehr schön sehr schön so baumsamen 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 dann können wir drei gleich pflanzen ja so fangen wir an eisen beim titan beim silizium ein bisschen magnesium ja cobalt und ihr radium wobei da machen gleich stäbchen sehr cool so was brauchen wir für baumsamen streuer wir brauchen drei bakterien drei rinder 1 2 3 wir brauchen drei mal plastik 1 2 3 wir brauchen drei bakterien 1 2 3 3 dünger 1 2 3 und dann drei super bummel für alle super bummel wahnsinn oder das packen wir da mal rein und sind mehr schauen schule dann super wunderbar dann hier wir brauchen nur drei also das weg so und die pflanzt man da hinten irgendwie irgendwo da entlang vom wasser ja warum nicht unsere ersten bäumchen unsere ersten bäumchen so will er nicht weil er nicht wieso will er die nicht 1 2 3 3 3 3 4 2 4 und 1 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 11 Die ersten drei Baumstreuer. Schön. So. Was packen wir da rein? So, wir holen das Wasser. Hier ganz schön viel Wasser. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch andere Dinge brauchen, wie Mutagen und so. Aber zuerst mal hier rein. So. Wenn wir das jetzt umstellen auf, was haben wir da? Mutagen. Das wäre gut. So, und hier zum Beispiel auf, der wäre auch nicht schlecht. So, und Bakterien, Bakterien nehmen wir die raus und bringen die mal rüber in die Kapsel. Wunderbar. Wunderbar. Reinlegen und starten. Schön. Sehr, sehr schön. So, kriegen wir was wir haben jetzt. 462, das ist gut. Ja, schon langsam wird es ja. Schön langsam wird es ja. Oh, sie wachsen. Wo, 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 wo. Ah, das ist glaube ich ein Osmium. Schade, Pulsar wäre jetzt schön. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo der runterkommt. Ah. Ja, ich glaube, das war ausm Setting. das wird dünner zwei so dann haben wir das hier das essen wir mal das kommt da rein dann stehen wir wieder um auf bakterien 2 jetzt sollten wir oben wir schauen mal wie wir da weiter arbeiten müssen an denen wir brauchen mutagen und dünger bakterien ok drei bakterien haben wir von denen drei jahr drei bakterien drei bakterien drei dünner drei ungewöhnliche ok das machen wir mal drei bakterien drei bakterien ok 1 2 3 3 dünner mutagen nehme ich mal mit dünner nämlich auch mit dünner 1 dünner dünner zwei dünner drei oder mutagen 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 1 und mutagen 2 ich glaube es kommt dann noch mutagen 3 mutagen 3 so dann haben wir hier dünner 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 mutagen hier haben wir bakterien wunderbar und da haben wir dünner war der dünner nein so pass auf vorerst mal nichts rein da kommen die schmetterlinge so schaut es aus so wir brauchen drei ungewöhnliche wir haben dünner drei dünner 1 dünner da so wir brauchen 1 2 3 wir haben mutagen 1 brauchen wir da ich glaube nicht für die seilen raupen brauchen nur bakterien ok mutagen 1 und bakterien so und drei von drei von denen 1 2 3 ja so 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 bämm jawohl dann haben wir so 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 bämm jawohl so da brauchen wir mutagen und rinde genau das war es das heißt hier kommt rinde ja cool rinde aha sehr interessant ok wir brauchen wasser so das macht mich etwas nervös das zeichen da zuerst die nachricht wir schauen zuerst die nachricht an so riley ich habe einen tiefen scan des planeten durchgeführt und irgendwas stimmt nicht ich halte seltsame geologische signaturen und inkohärente topographische daten in der nähe ihres standortes versuchen sie an diesen ort zu gelangen verwenden sie die untere linke ecke ihre benutzer oberfläche um sich zurecht zu finden das ist ja interessant das machen wir aber nächste das machen aber nächste folge leiterplatten haben wir auch nicht mehr viele gut wir holen den honig mit auch cool so eins zwei drei vier und fünf und dann werden wir in der nächsten folge zu den daten vordringen ich nehme an das wird das pilz biome sein wir werden sie herausfinden wir werden es ja ausfinden meine lieben so 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 wunderbar Schön. Wie viel Uran haben wir? Zu wenig. Das könnten wir mal wegschicken, oder? Warum jetzt eh keiner? Weil wir eh unterwegs sind. Das ist Verschwendung, das bräuchtest du für die Heizungen. Stimmt. Gut, dass die Kapsel nicht da ist. Gut, dass die Kapsel nicht da ist. Oh, das holen wir uns gleich. Ist ja cool. Gut, dass die Kapsel nicht da war. Wir brauchen sie ja wirklich für die Heizungen. So, össen wir, Jürgen. Dann haben wir Schauwäfel. Wobei wir das zuerst da drüben einfüllen. Und den da, bam. So, was haben wir da? Dünger. Yeah. Auch mal Bakterien. So, was haben wir da? Bakterien, Bakterien, Bakterien. Ach, komm. So, Bakterien. Dünger. Ja. So. Vielleicht sollten wir da noch zwei Autobauer dazustellen. Ja, für den Moment passt es aber. So, meine Lieben. Dann würde ich mal sagen, das war es für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.